Ich war lange Zeit abwesend Arbeit und Leben und noch mehr Arbeit, solche Sachen Und was sehe ich? Der Steffen Hijackt hier einfach mein Slay Und fordert mich dreist heraus Das Spiel schneller durchzuspielen als er Zaja, er hat bestimmt schon etwas Vorsprung Aber das kann ich nicht auf mir sitzen lassen Ganz kurz, ich möchte die Broadcaster Jetzt kurz umstellen, dass sie auch Kamerafeed kriegt All right Das bin ich Um halb eins nachts Um für meine Ehre zu kämpfen All right, let's do this Ich habe bei dem hässlichen Bosskampf aufgehört Ich muss so ein paar Guardians umnieten Du bist eine Scheiße Mal sehen, ob ich es schaffe, sonst hole ich Steffen nie wieder ein Na, Steh, was warst du? 1 oder 2? All right, ich mache mal, es warst du All right, back in the game All right, ich mache es jetzt noch ein bisschen Soll ich mich jetzt noch ein paar Ja, ich mache mich in die Alright, ich muss erstmal wieder reinkommen in das verdammte Game hier. Konzerne und Blocken springen, der ganze Schwachsinn halt. Again. Alright läuft. Ah, der lädt noch, verdammt. Endlich. Fuck. Ja, das ist gleich richtig hardcore hier warm. Ich muss gleich richtig abgehen. Ich sollte das Spiel viel früher zocken und nicht erst zu spät. Perfekt. Okay. You wanna backflip? He wanna backflip. Backdash from now. Ja. Ja, deine Verliebung liebe ich das Spiel, weil es mich an Ardukorb hindert. Das ist eigentlich meine coole Axt. Verdammt. Endlich. Nochmal. Gott, die war das nochmal. Die müssen einfach zuerst sterben. Nochmal. Fuck. Skelette. Oh, wie ich die hasse, man. Diese scheiß Skelette machen. Die hasse ich am allerweisten im ganzen Scheiß Spiel. Ich weiß nicht, wie ich die blocken soll, man. Das ist wirklich sehr cool. Ich weiß nicht. Es ist einfach aus dem Punch. Ich weiß nicht. Wann ist das nicht! Du bist ehrlich? Macht macht's. Ah, slain again. Ah, übelst man, nur Gemästel. So, ich share mal kurz meinen Stream auf Facebook. Dass meine Freunde Bescheid wissen. Also, ich jugst keinen alle von dem Bett oder selber am Zocken. Aber hey, share the flair, share the pain, share slain. Ah, was? 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 Man, 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 was the last man's Dream here? Falsch. One moment, please. Naja, der Stream heißt einfach Falsch waren auf Facebook. Darüber habe ich's extra gerade eingegeben. Naja, scheißegal. Wir beteilten einfach. Ja, aber das pisst mich an, warum ist das hier nicht richtig benannt. Ah, fuck it. Zeig mal einfach weiter. Zeig mal einfach weiter. Ja, ich pass auf. Schau. Oh, Mann. Äh, äh, scheiß thôi schon. Das war's. 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 Das ist. Das war's. 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 war's. Das 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 war's. Remember, das war's. 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 war's. das war's. das war's. Oh, man sieht die Konnex, man. Kommst du noch das Dreckstviech? Nice. Oh, was gibt's da? Tja, ich will's nicht rausfinden. Oh Gott, Arschloch extra war ganz klar. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, was das? Oh Gott. 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 Letzte schlafen. Das ist doch scheiße man. Ja, ja. Ja, ich hole uns in den. Ja. 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 Dreh dich doch rum, du Fotzenkönig Oha Alter, blocken wir es halt nicht So, ich muss die Blaumagie genossen, zusammen Jetzt ist es mir aufgefallen, 100 Jahre später Stört aber endlich Oha Alter, blocken wir es halt nicht Scheiße, Mann. Scheiße, Mann. Scheiße, Mann. Scheiße, Mann. Hat das doch geschafft, ja. Ach, das ist doch scheiße, Mann. Dass sie sich genau bekreuzten müssen. Scheiße, Mann. Scheiße. 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 Wahnsinn. Scheiße. Was ist das ganze Was ist mit dem Harps? Die haben es bestimmt schön hier unten. Boah, guck mal, da hängt der jetzt so ein Alienviech. Skellywax? Grüne Mutantenskelette. Oh nein, ich hasse die Hütten. Oh nein, ich hasse die Hütten. Wie viel noch mehr Hitting? Too much. Okay, nochmal. Okay, nochmal. Was? Wo ist meine Magie, Mann? Wo ist meine Magie, Mann? Okay, nochmal. Okay, nochmal. Schade. Okay. Okay. Ah, ich habe nicht die Krieg. Ah, überfordert mich. Shit. Okay, okay. Okay, okay. Okay. Arrrrr. Oha, schon tot Mann, Alter Das war doch schon fast zu Ende Und dann passe ich einmal nicht auf Ah, ist doch wirklich auf Ah, bekreiender Ah, okay Ah, okay Ah, okay Bin überfordert, Mann Und dann kommt die Magie wieder nicht raus Warum nicht Ah, okay Ah, okay Ah, überlebt halt alles Du Bastardskelett, Mann Oha, okay Ah, okay Ah, okay So, haben wir genug? Yo, der Plaguehound Master, what the fuck. Was kommt er jetzt? Oh, ne, jetzt die kotzt auch noch rum. Und dann kommen auch Insekten raus. Ist doch Stier. Flatsch. Too much einfach. Flatsch. 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 Wenn man es genau richtig macht und er sich so nach vorne dreht beim zweiten Schlag, wie kann man sich daraus kämpfen? Ohne dass die einen von hinten erwischen. Was ist für eine Energie, Mann? Scheiße. All right, dann. Hey, guy, Trophy becon. Nice, Jank. We will. Warum? Warum geht der weg? Das ist mach so irgendwas man nicht so rum. Ah, das ist einfach zu viel. Ja, das ist einfach zu viel. Das ist einfach zu viel. Das war's. Ah, ich muss die Stelle anders machen. Ich bin zu schwach jedes Mal. 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 Nein! Die! Ich bin zu schwach jedes Mal. Ich bin zu schwach jedes Mal. Kann ich das nicht zurückschleudern? Doch! Nice! Oh, der lebt noch! Shit! Ich dachte, das war die Sterbenemotion. Come on, ey! Ich muss das gleich anders machen. Ah! Ah! Das ist ein Schaar, ich mache auf der Rübe. Das war's. Stört noch jetzt. Verdammt. Das ist verrücklich. Ah. Shit, man. Ich kann die Nischelung bringen. Das war's. Das war's. Das war's. Ich habe einen Reden. Das war's. Ich habe einen Reden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ah, fuck! Ah, ne kizein Englisch! Shit! Ah, verdammt! Aber es geht schon, es geht schon! Vielleicht kann ich sie zuerst umbringen! Yeah, so muss laufen! Ja, scheiße! Lass mich hinter dich machen! Zum Kassen! Ja! 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 Ach, ich hasse die Scheiße, Mann! Ja! 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 Dann muss es eine Möglichkeit geben, durchzukommen, ohne Magie zu verlieren. Das glaube ich nicht unser Spiel. Okay, jetzt richtig. Come on. Fuck. Fuck hier, scht ihr? Komm auch noch ein Ding. Was ist hier? Was ist alles so ein Sand? verdammt, da zieht sich die Energie ab das hieß aber nicht der bescheuert egal, ich krieg dich noch Kostet Echt, Mann, ich hab das stimmt, der Rhythmus einfach nicht Ich hab noch kein Ding da hinten Ich hab das, Mann, ich hab das Ah! Nein, greife ich zuerst an. Vielleicht direkt nach Kampf gehen. Scheiße, ich liebe was passiert. Nein, es wird rechts. Es ist mir scheißegal. Ich werde nicht mehr als Entschuldigung. Gehe! Ich werde nicht mehr als Entschuldigung zurückgehen. Ah, komm schon. Nein! Ah, damn. Mann, dieser Isi war noch eins geschlagen, er ist tot. Und dann kann ich den kleinen Hund auseinandernehmen. Du kommst her, Mann. Wir machen das von der Seite her. Ah. Ah. Ah, er ist so hoh und sohn. Ah. 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 Zum Kotzen. Ich krieg's einfach nicht aufgereihe. Okay. He's a let's recline a boss arm. I'm going to try a cigar more. 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 It's okay. So do you browse him? Yes. All these bones will make the law. Surely there are no more skeletons left for me to smash into the crust realm. So, don't kill it, bold champion. Best depart this bone pit before more rattling goals emerge. Indeed. Alright, endlich. So, noch 14 Minuten, noch 14 Minuten Action. Dann ist Zeit für Heier. Oh, Dorshock vorweg. Egal, bis zwei machen wir auch. So, ich erst richtig diesen Scheiß-Gelette, ey. Oh, Dorshock. Oh, Dorshock. Oh, Dorshock. Oh, Dorshock. Oh, Dorshock. Oh, Dorshock. Kann man sich blocken gar nicht hier. Scheiße. Ich freu der Mond her, ich wurde krass. Geheim. Turn back, bring of death. My beautiful children will gladly devour our souls pure as yours. Aless, I cannot fell, lady, my quest immats, I foreshower forward. Then my darlings will feast a plenty and alongside them. Ah ja. Zerr, deine Darlings alle abmesseln. Ah, verabschiedet. Das ist die ganze Dorf von Dark Souls-Bloodbomb. Oh ja. Das war's. Das war's. Das war's. So, ja, ist das so. Oh, da gibt's den zweiten Abschnitt. So, ja, schauen wir mal rein. Was geht hier? Spinnenweben. Ich geh hier raus, Mann. Oh, die die noch schon wieder. Oh, da ist ja noch einer. Ein Schicksal. Geister, Gespenster. Ah, komm mir entgegen, du. Totes Kind, du. Junge, 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 wie der mich aufregt, wie der der Gandal finden. Was ist das hier, Obmann? Überlässige Gespenster. Ich hab's nicht gesehen, irgendwie. Ich geh mal zurück. Hier gibt's nichts. Der Dämon nimmt mich von der Anima aus, Final Fantasy. Schade, ich war's so cool, in der Luft zurück zu kleidern. Ah, wieso treff ich den nicht, Mann? Ah, von hinten kommt er. Das ist doch scheiße. Der Cleansing Fire. Der Seine noch hoch und runter geht, Mann, weißt du? Das haben sie richtig herzlich gemacht. Wenn er dann, weißt du, nahe bei dir ist, dann ändert er seine Flugbahn. Oh, shit. Ah. Da will ich klack, Mann. Ich lass mich doch jetzt von dem nicht hier ins Bett schicken, Mann. Ah, shit. Der ist doch einfach hässlich. Komm schon auf ein Ding. Fuck. Oh, shit. Oh shit Diese kleine Foxenknecht man Zahn Das reicht einfach nicht, das ist doch hässlich, ey. Wo bist du, Mann? Verreckt, ein alter Schöchel. Einfach mal so. Wie unbefriedigend. Nö. Okay. Ich finde geil, ich gehe wieder die Haare so wegwählen. Wie geil, es werden's drehen. Oh, was ist noch passiert? Bin ich auf dem Viech gelandet oder auf dem Ding hier? Auf dem Viech, okay. Na, ich wollte springen. Okay, auch nicht schlecht. Gucken wir mal, was hier abgeht. Oh, da kommen tatsächlich Kinder. Du Ringkinder. Oh, 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 oh. Was geht, ey. Zum Ersten habe ich mich beim 2D-Spiel erschreckt. Da ist er, der Bastard. Wir machen das von... Mann, ich hab's doch gesehen, wieso hab ich nicht aufgepasst. Okay, letzte Runde. Jetzt perfect run zum nächsten Checkpoint. Wo ist dein Flasch? Okay. Wir machen die Flasch. So, wie sind die Torepette? So, wie gehst du einfach weg? So, wie sind die Torepette? So, wie gehst du einfach weg? So, wie sind die Torepette? Ich glaube, da hoch komme ich gar nicht. Wir versuchen es trotzdem. Hm. Oha. Göre. Ich komme und hole dich. Das ist meine letzte Quest heute Abend. Oh, diese Gander. Das hast du ja, Mann. Das ist echt übel. Die kommen bestimmt bis zum letzten Level. Noch vom letzten Endboss stehen die wahrscheinlich rum. Ich hätte nicht da bleiben sollen, ne? Voll die Panik gekriegt hier. Hm. Was? Hm. Noch eins, noch eins. Und. Hab dich. Bam. Motherfucker. Ja. So. Jetzt kann ich nicht mehr weit sein. Mal sehen. 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 legen hier gegen die talle. hmm jetzt? ah da ist ein Schalter. Platsch! so das war's für mich heute. ich muss schlafen. aber das spiel ist immer noch geil ich jetzt so schnell wie möglich weiter streamen. weiß nicht ob morgen aber am wochenende ist auf jeden fall in der session drin. danke fürs zuschauen wer immer dabei war. und zieht euch in euren neuen podcast rein. der ist heute live gegangen. auf highscope.newsdropout.tv und ja man wir sehen uns. ich sag gute nacht. bye bye.